Wann wird eine gesetzliche Unfallrente an eine Altersrente oder Erwerbsminderungsrente nicht angerechnet? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Sie bekommen Ihren Altersrentenbescheid und Sie wissen auch, dass Sie eine Unfallrente bekommen. Und oftmals ist es dann so, wenn Sie in den Altersrentenbescheid hineinschauen, oha, die Unfallrente wird an die Altersrente angerechnet. Rechtsgrundlage dafür ist § 93 Absatz 1 Sozialgesetzbuch Nr. 6. Da steht sinngemäß geschrieben, dass wenn jemand eine Rente aus eigener Versicherung hat und eine verletzten Rente aus der Unfallversicherung bekommt, dann wird die Rente insoweit nicht geleistet, als die Summe der zusammentreffenden Rentenbeträge vor Einkommensanrechnung die jeweiligen Grenzbeträge oder den jeweiligen Grenzbetrag überschreitet. Das ist juristendeutsch, das soll nichts anderes heißen, als dass beide Renten, die Altersrente und die Unfallrente zusammengefasst werden. Die Unfallrente wird vorher nochmal gekürzt und dann guckt man, wie hoch ist der entsprechende Grenzbetrag. Sind beide Renten unterhalb des Grenzbetrags, gibt es keine Anrechnung, liegen die Renten in der Summe über den Grenzbetrag, gibt es dann eine entsprechende Anrechnung. Und genau dieses Prozedere findet aber in einem ganz besonderen Fall keine Anwendung. Und der steht im § 93 Absatz 5 SGB 6 geschrieben. Und zwar, die Einkommensanrechnung oder die Anrechnung der Unfallrente findet dann nicht statt, wenn die Unfallrente für einen Versicherungsfall geleistet wird, der sich nach Rentenbeginn oder nach dem Eintritt der für die Rente maßgebenden Minderung der Erwerbsfähigkeit geeignet hat. Das soll heißen, tritt der Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit nach Beginn der Altersrente ein oder nach dem Tag, an dem die Minderung der Erwerbsfähigkeit festgestellt worden ist, dann wird die Unfallrente grundsätzlich nicht an die jeweilige Rente angerechnet. Sie darf dann nicht angerechnet werden. Das sind vor allen Dingen solche Fälle, wo zum Beispiel eine Berufskrankheit erst nach vielen Jahren eintritt, nach Beginn einer Altersrente oder aber zum Beispiel, wenn Sie eine teilweise Erwerbsminderungsrente haben und Sie noch weiter arbeiten gehen und während der Arbeit zum Beispiel einen Arbeitsunfall eintritt und Sie dann aufgrund des Arbeitsunfalls eine gesetzliche Unfallrente beziehen. Genau in solchen Fällen gibt es keine Anrechnung der Unfallrente an die Altersrente oder die Erwerbsminderungsrente. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.